Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft zusammen mit Dalu, den Krabs, Molenia und meiner Wenigkeit. Ja, wir sind hier immer noch in einer schönen Instanz Stratholm, in der Kapelle sind wir, ne? Im Scharlachoben-Bereich. Ja, ja, Kathedrale auf jeden Fall, linke Seite. Ja. Das andere ist ja der Baron. Molenia, läuft die Aufnahmen bei dir auch wieder? Ja. Haben wir gerade den Baron gelegt von der League of Legends? Wo ist denn mein Buff? Den meinte ich nicht, ich meinte, wenn wir den Baron gelegt haben. Ich weiß. Ich dachte dir, meiner würde dir auch ausreichen. Ja, ist okay. Kumpelslicht. Kommt zu den Dumpen. Wir haben Kiekser, gibt es! Ich wollte gerade sagen, da gibt es Kiekser. Instruktor gar viel des auch so wir da so wurden und Instructor das ist ein ausgestopften Bärner ein Schlingel wir haben die meisten Quests gar nicht fertig gemacht die Euro wir haben noch zwei Quests offen und beide sind hier ne, ich hab noch drei offen ja, die hast du noch offen ja, die hast du noch offen ne, in der Instanz hier hier ist es nämlich von Liebe und Familie das Bild muss hier looten was, wo, welches Bild? da, hä, du musst das fertig haben Fraas, ähm, die erste Quest ist das ist der Postbot, den wir am Anfang getötet haben da musstest du was looten genau Vergeltung ist Töte einfach Bosse von Liebe und Familie liegt hier und das dahin ist der Boss aber ich hab noch eine ich auch den mit dem Reiter die Wettstreiter ausmerzen ja, genau teile ich immer bitte oh stimmt, Gott, tatsächlich hast du gar nicht hier blinkt irgendwas ach du musst du mitnehmen, genau den Schmied mhm ach, doch, die kriegen wir noch hin aber nicht hier hin, da müssen wir nochmal zurücklaufen mhm ich kann diesen Zauber noch nicht ich kann diesen Zauber noch nicht ich kann diesen Zauber noch nicht ja, sehr putzig so knuddelig ja, bei wem hat er denn die neuen Dämonen das neue Dämon aussehen ja hat der da vorher das alte? oder hat der überhaupt eins gehabt? ja, der sah extrem also der war nicht angesagt, ist auch viel kleiner das ist der einzige, was der größer gekommen ist hä, was ist der denn? da ich hab noch eine Heilung, wenn Dolo gut sagt haha, voll ich schaff das mit dem Heil, ich brauch kein Unterschied schon das kränkt meine Heiler Ehre hier ja, weil der fällt sonst um nein, der fällt nicht um warum lässt du den denn bis 5% runtergehen? ist spannender ich brauch halt ein bisschen länger zum Kasten ich brauch halt ein bisschen länger zum Kasten was soll ich denn machen? ich tu mein Dudu rüber nein ich bin werde ich mit 19 gegen, wer kämpft da noch? wer kämpfe da noch? ich helfe der Garde hier ok er will folgt mal schnell dem Schurken der will mich auch noch zu der Quest ja ja achso, jetzt hat er schon weiter gewandt, alles klar ach gut, dass er dran vorbei gelaufen ist nein, nein, folg ihm nicht ja, jetzt verbinden ok also wir werden zwar auf hier warten eben das nämlich hier müsste er kommen da da kommt doch jetzt das auch gecheckt das auch gecheckt du ich damals war da sogar ein Schmiedeplan drin wohl, ne, doch quatschen sie mal neul Schmiedläufe der Aufhebung gebunden ist ich bin auch eine große Katze redet mit mir äh, Menschen ekel jung hallo Krösser Jelle, bist du jetzt? 43 45 wie weit? Hälfte mh in der Hälfte bin ich schon wieder auf 45 45? ja ich hab auch schon 44,5 nein, du bist erst 44, noch nicht 45 willst du mal anmerken? also wir müssen für Krabs noch ein halbes Level machen sonst kommt ja nämlich ein Sulpharag rein was haben wir denn noch an Innis offen? mh also wir haben alle jetzt einmal durch wir müssen jetzt nur das geringste Übel aussuchen also Scholomans, finde ich, ging sehr schnell stimmt ja dann mach rein ja dann müssten wir auch schnell durchkommen ja so sollte dann ja eigentlich auch reichen für ein halbes Level ja ohne Quest, dann geht das ja, mal schauen, hoffen wir mal ja mal gucken, ein DD pennt ja ja also um die Uhrzeit, das dürfen die alle gar nicht mehr es ist so spät ja, die warten einfach nur 20 Stunden ja und dann sind sie gerade AFK wenn wenn es ist immer so, wenn man gerade, wenn man AFK ist man muss irgendwie aufs Klo oder etc ja und du bist da an der Warteschlange ja abgeholt geht mir auch jedes Mal so irgendwie denke ich ach, da gehst halt jetzt noch mal schnell einen Kaffee machen oder so kommst wieder ach, verpasst ach, verpasst denkst du, ah, toll scheiße schweinerei nochmal warten ja am besten passiert es dann noch einmal, wenn du weg bist ja dann hast du auch immer mal keine Geduld und keinen Bock mehr wow das ist doch gar ein Flashberg sieht aus wie die der Eingang zur Indie der in der Boreanischen Tundra Boreanische Tundra ja du meinst, äh, Burt in Nordend, ja ne, das sieht anders aus wenn es ist ein Flash forward mir steckt ja nee wäre echt schon so lange her ich muss näher ran der Unterricht beginnt ach, es gibt Unterricht jeje oh, guck mal was ich hier kann juhu au, eh aber noch nicht so effektiv, oder? nein du brauchst noch Sternenregen dazu das ist effektiv beides zusammencasten das ist geil ich muss näher ran ich muss näher ran ich muss näher ran ich muss näher ran aber mach lieber die halbeine Ich hab's gerade an den Sounds gehört. Ihr alle hört mal auf, da liegt irgendein Teil Licht jetzt. Geht ins Licht. Verschwung bei uns. Du kannst die eigentlich casten und die im Licht stehen. Was soll das? You sign uns ja nur einmal. Hiiii. Nee, eigentlich können die nicht zaubern und sogar mit dem Licht stehen. Ich bin... knopfig. Das hast du aber ganz schön abgenommen, du. Joa, das ging auch. Ich bin schon so mager hier. Ich bin vom Fleisch gefallen. Das ist ja auch ne Elfe. Hm. Auch schwarzhaarig. Wow, die macht Eis. Aber hey, sie macht weniger Schaden als du. Weil um die Eis-Schicht kommt. Aber sie ist auch Level 40 erst. Von daher kann man sie verzeihen. Wir werden niemals sterben. Jetzt nur die Zuckerwattemaschine. Zuckerwatte für alle. Das kann nicht sein. Doch, Kranz. Hast du ja gesehen. Oh. Ist vom Glauben gefallen. Die Wache da hinten wieder, ey. Ja. Immer dasselbe. Ich hab nix gesehen. Mann. Ich ignorier's, ich will weiterleben. Der hätt nicht mal angegriffen. Geht ruhig. Schon okay. So, ich dachte, die gehört dir zu. So wie mit den Ungarn. Der König ist tot. Ich bin der neue König. Hehehe. Ich hab hier nicht so viel weg. Dich so blöd ist die Letze. Hallo, zieht die immer direkt mal raus, raus hier! Hehehe. Waaah! Ich hab mich in Ruhe. Da wird nicht in Ruhe. Und landst du eigentlich nicht weg. Der Schok stand gerade so neben, ich hab mich so angeguckt, als wollte ich mich angreifen. Wir machen was aus der Tasche mit dem Cloud. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Mach ich. Guck, nix. Genau, hallo, zeig ihr es mal. Ich hab nix. Ich liege bestimmt ein Level ab. Oh ja, Glück. Die Skelette greifen doch eh nicht an. Nein, geht's. Aber ich glaub ihr. Ups. Warte mal so'n kleines Mini-Skelett. Das hast du nicht nochmal abhauen. Oh, sterben tut weh. Oh, sterben tut weh. Gott, oh Gott. Leblab. Wer? Ich bin L540, jetzt hab ich endlich neunst. GZ. 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 ja haut die mal eben um hier an der seite die skelette treten mich hier nehmen die mir mal ab hier was ist es nicht wunderschön wie vergeben auch ihr seid wunderschön habt ihr euch in letzter zeit einmal im spiegel betrachtet reden die denn für einen blödsinn ja dann habe ich mir auch gerade so gedacht seid wunderschön habt euch mal im spiegel betrachtet ich bin ich bin nur hier hau ab ist gelittet ich bin außerreichweite meine liebe noch ein wunderschön mhm n 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 Sobald ich wieder zu Atem komme. Euer Schicksal erwartet euch. Feigling. Wie ist das? Haben sich alle so einen Erdhügel hier mit? Richtig diese geile Knochenrüstung. Ich. Eben. Eben. Wenn er alle Kans, die er macht, ja eben. Absorbiert. Und du kriegst kein Damage. Fettenschuhe. Ja, die könnte ich gebrauchen. Kannst du gleich kriegen, habe ich bekommen. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist ja nicht bereit. Fettsack ist er ja. Dicker als ich. Also als die Eule. Das muss man hier bei denen nochmal machen. Nur die in der Hand umhauen. Klar, in dem großen kannst du in Ruhe lassen. Ja. Hat er schon was in der Hand? Ja. Ich. 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 Kann mich grad irgendwie so gar nicht mehr bewegen. Ey, der hat einen Mund sitzen. Ja, du bewegst dich doch. Na ja, meine Frames sind aber grad voll runter. Ich hab keine Ahnung warum. Okay. Versuch mal hier aus der Ecke rauszukommen. Ach. Mach schon. Hat's bei dir? Ne. Also da ist jetzt grad ein Zeitloop rumgefallen. Okay. Die Festplatte voll? Ne. Ist leer. Ja. Wie kann man denn Leo Festplatte haben? Naja, Lea ist übertrieben, aber ähm. Hat nicht aufgenommen, oder was? Ach, verdammt. Das wird nix. Wie lange sind wir hier schon drin? 19 Minuten. 19, ja. Dann machen wir da einfach kurz Pause. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschau.